Herzlich willkommen zum zweiten Video zur Navigation auf der Index-Ebene, also dem vierten Video in dem Bereich Navigation überhaupt hier in der Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Im letzten Mal ging es vor allen Dingen um Menüs, was ja durchaus ein komplexeres Thema ist, weil es so viele verschiedene Arten von Menüs gibt und man sich einige Gedanken dazu machen kann, wie man Menüs aufbaut. Da kann man natürlich sich viel mehr Gedanken auch noch zu machen, wie man was gruppiert. Da lohnt es sich durchaus auch mal in die ISO 9241 hineinzugucken und auch im Bereich Usability gibt es interessante Techniken, wie man entscheidet, was in welche Kategorie zum Beispiel kommt. Das soll jetzt hier nicht das Problem sein, denn hier geht es um die Ergonomie des Menüs, also wie man die Dinge passend erkennt, wie man passend darauf zugreifen kann und so weiter. Es gibt noch weitere Techniken auf dieser Index-Ebene und um die soll es in diesem Video jetzt gehen. Und das Erste, da seht ihr hier auf diesem Bild auch schon, aber wir fangen mal mit einem etwas einfacheren an. Es geht um Reiter, um die Kategorisierung durch Reiter und im Deutschen mittlerweile auch verbreiteter ist der englische Begriff Tabs dafür. Gerade aus dem Browserbereich hat sich der Begriff Tab eingebürgert, dass man nicht mehr Reiter dazu sagt. Aber es erinnert natürlich auch an einen Tab, wie im Englischen auch, aber an einen Karteireiter. Wenn man also so einen Karteikasten hat, wo dann so bestimmte Bereiche herausragen, das sind ja Reiter, so nennt man das. Und das sehen wir hier und sehen zwei Darstellungen, von der eine besser ist als die andere. Aber es ist in beiden Fallen, sind es diese Karteireiter. Und was man hier hat, ist eine Kategorisierung. Ich habe Inhalte, die ich in Kategorien einteilen kann. Das heißt, was ich innerhalb der Reiter sehe, das ist nicht mehr Teil dieses Index, sondern das ist dann quasi das Element. Ich habe also, man könnte auch sagen, ein Menü mit nur einer Ebene und all diese Ebenen sind direkt sichtbar und direkt auswählbar. Das Wichtige beim Reiter ist, oder was den Reiter besonders gut macht, ist die Darstellungsform. Nämlich, dass ich diese Kategorien sehe, alle gleichzeitig sehe, alle gleichzeitig im Zugriff habe. Eine dieser Kategorien im Vollständigen sehe, also mit dem Inhalt sehe. Und dass das räumlich plastisch dargestellt wird. Das ist das Schöne an der Darstellung als Reiter. Und das funktioniert zum Beispiel auf der linken Seite ziemlich gut. Da habe ich auf jeden Fall klar dargestellt, welcher Reiter vorne liegt und welche Reiter weiter hinten liegen. Das kann man sogar noch besser machen. Da sehen wir gleich Beispiele dazu. Aber es ist ganz in Ordnung. Es ist eigentlich nicht sehr schwer, in diesem Windows XP-Stil oben zu sehen, welcher der aktive Reiter ist. Rechts oben sehen wir Reiter, wie sie heute unter Windows 10 aussehen. Wenn man solche Reiter noch verwendet. Sie sind ein bisschen aus der Mude gekommen in Windows 10. Zumindest für diese Zwecke. Also in Einstellungsfenstern wurden diese Reiter gerne verwendet. Hier ist es aus LibreOffice. Und ihr seht, sehr gut zu erkennen ist nicht, welcher der aktive Reiter ist. Denn der Grauwert unterscheidet sich kaum zwischen dem ausgewählten Reiter und den nicht ausgewählten Reitern. Und das tut es auf der linken Seite ehrlicherweise ja auch nicht. Aber es ist zumindest noch eine zusätzliche Auszeichnung da durch diese gelbe Markierung oben. Und auch die fehlt hier. Das heißt, hier hat man keinen Designfortschritt erfahren. Was vom Design auch nicht besser ist, ist diese Variante, die es beim Mac oft gibt. Und hier haben wir quasi gleich zweimal Reiter. Also einmal oben haben wir diese Icons. Und das sind ja auch quasi Reiter. Die funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Haben die gleiche Funktionalität. Ich wähle oben etwas aus. Und dann wird unten der ganze Bereich ausgetauscht. Und in dem Bereich dazwischen, das ist die Standard Mac Variante, haben wir diese Schalter quasi. Also wir haben so eine breite Bar und da können wir verschiedene Elemente anklicken und dann ändert sich unten drin jeweils der Inhalt. Das ist funktional identisch, aber vom User Interface her schlechter. Denn diese Plastizität der Auswahl und dass das Untere von dem Oberen abhängt, dass das zusammengehört, das wird hier leider nicht visualisiert. Es ist bedauerlich. Die Variante als Reiterdarstellung ist die, die unserer Wahrnehmung, unserer räumlichen Wahrnehmung viel besser entspricht und die auch im Zusammenhang als Zuordnung besser ist. Denn es handelt sich eigentlich um eine Kopplung. Denn man kann auf der Fläche dem Reitertitel bis zum Inhalt folgen. Das kann man hier rechts unten nicht tun. Es könnte genauso gut sein, dass wir oben eine Auswahl haben und unten die Objekte blieben gleich. Das ist nicht irgendwie optisch erkennbar, dass dem nicht so ist. Ich habe gesagt, bei Reitern ist wichtig, dass man die Tiefe erkennt. Man muss erkennen können, welches der ausgewählte Reiter ist und welches die nicht ausgewählten Reiter sind. Und das kann man hier zum Beispiel sehr gut. Das ist Microsofts Edge. Nicht die aktuellste Version, sondern die davor, als Edge noch Edge war und Edge nicht auch nur in Chrome war. Aber ich glaube, die Darstellung in Chrome sehe ich genauso. Aber auf jeden Fall ist die gut gelungen. Denn ich sehe, welcher der aktive Reiter ist. Sehr eindeutig durch eine Helligkeitsstaffelung. Der vordere Reiter ist hell, die hinteren Reiter sind dunkel. Und dann ist da noch dieser Schlagschatten, der diesen Effekt nochmal unterstützt. Es ist sehr plastisch dargestellt und sehr gut erkennbar an dieser Stelle. Das schafft Microsoft auch an anderen Stellen. Zum Beispiel hatte ich eine Version von Microsoft Word. Die sah so aus. Und auch hier erkennt man einen Reiter. Das sind Ribbons hier. Also diese Bänder oben, diese Multifunktionsbänder, in denen ich quasi Icon-Leisten durchschalten kann. Und hier ist die vordere Auswahl als Reiter gekennzeichnet. Gut erkennbar. Und bei den anderen ist man dazu übergegangen und hat gesagt, naja, da verzichten wir gänzlich auf diese Darstellung dieser Tabs. Das macht aber nichts. Funktioniert trotzdem gut, weil gerade das aktuelle Element ausgewählt ist und zusammenhängt mit dem, was ausgewählt ist. Das ist genau der Vorteil dieser Darstellung. Und dann war ich ganz überrascht und verwendete ein Word unter Windows. und dann sah das so aus. Und dann habe ich gedacht, was haben Sie denn jetzt gemacht? Haben Sie jetzt beim Mac die bessere Designvariante gewählt als bei Windows? Denn hier sehe ich zwar auch, was das ausgewählte Element ist, durch eine Unterstreichung, kritisch, und dadurch, dass es fett gemacht ist, naja gut, die Kombination aus beidem funktioniert wahrscheinlich ganz gut. Aber ich sehe diesen Zusammenhang nicht mehr. Ich sehe nicht, dass diese Auswahl da oben genau für die Elemente darunter sorgt, was man oben sehr, sehr gut sehen kann. Ja, und habe schon wieder gedacht, das Design-Team für Macintosh-Software bei Microsoft hat es besser gemacht als das für Windows-Software. Das war früher tatsächlich öfter mal so. Die haben nämlich oft in Konkurrenz zueinander gestanden und dann sahen die oft unterschiedlich aus und mal hatte das eine Designvorteil, mal das andere. Aber eigentlich sollte das gar nicht mehr so sein. Und ist auch gar nicht so. Ich habe dann nämlich mal meine Software aktualisiert, mein Word aktualisiert und sehe, jetzt sieht es am Mac so aus und ist ja eigentlich genau so geworden. Also schade, verschenkt das Potenzial an dieser Stelle, denn die Variante mit dem Reiter, mit der Zusehen, mit der erkennbaren Zuordnung von dem oberen Element, von dem Auswahlelement zu den Inhalten, ist leider verloren gegangen. Sehr bedauerlich. Reiter haben natürlich auch Probleme, wie jede Technik irgendwo Probleme hat und an ihre Grenzen stößt. Und das Schlimmste, was man bei Reitern machen kann, ist das hier. Das ist das, ein Problem, was gerade als die Reiter noch sehr beliebt waren in Einstellungsdialogen, sehr häufig vorkam. Dies ist aus Windows 2000, nein, aus Windows 95. Und das hatte sowieso schon Probleme mit Windows 95, denn man konnte nicht gut den aktuellen Reiter erkennen. Schaut mal, wie unterscheidet sich der aktuelle Reiter von den anderen Reitern? Kaum, eigentlich nur durch das Weglassen einer Linie unten und dadurch, dass er ein Pixel oder zwei Pixel, zwei Pixel dürften es sein, höher ist als die anderen. Das ist sehr subtil und man hat eben keine Tiefenstaffelungen. Tiefenstaffelungen wären da sicher möglich gewesen, man hätte halt einen anderen Grauton nehmen müssen, einfach nur für die hinteren Reiter und schon wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Das Problem ist hier aber vor allen Dingen, dass wir Reiter in mehreren Stufen haben, in mehreren Reihen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Reiter Kompatibilität auswählen würde, dann würde die komplette obere Reihe nach unten wandern und alle anderen Reihen würden sich entsprechend umsortieren. Das heißt, hier verspringt es immer. Und wir haben keine Kontinuität, wir haben keine räumliche Stabilität an dieser Stelle. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man vermeiden sollte. Also bei Reitern dafür sorgen, dass bei der Auswahl der Reiter nicht andere Objekte sich in der Position verändern. Das ist auch gar nichts, was man erwartet und es führt zu vollständiger Desorientierung. Also es ist häufig so gewesen, wenn man der Reihe nach durchgehen wollte, dass man welche vergessen hat, weil auf einmal die Reihen versprungen sind. Das sollte nicht passieren. Das passiert natürlich vor allen Dingen bei horizontalen Reitern, weil wir eine horizontale Schrift haben. Das heißt, es könnte dann eine gute Idee sein, vertikale Reiter zu nehmen. Sieht man relativ selten, aber hier auf der linken Seite von einem Synchronisationsprogramm, ja, da funktioniert das. Und das funktioniert auch gut, diese vertikalen Reiter. Und klar, hier wird natürlich noch relativ viel Platz verschwendet, in Anführungszeichen gesprochen, dadurch, dass hier Icons verwendet werden. Wenn man diese Icons jetzt nicht hätte, dann könnte man natürlich noch viel mehr Elemente auf solchen vertikalen Reitern unterbringen. Ein durchaus eine Designvariante, über die man mal nachdenken sollte. Wir haben jetzt also Menüs gehabt und wir haben Reiter gehabt, Menüs für hierarchische Strukturen, wo die Unterpunkte selber quasi nur die Titel der Blätter sind in dem Baum. Und wenn ich eins aufrufe, dann erscheint etwas Neues, zum Beispiel ein Fenster oder ein anderer Menüpunkt, eine andere Menüebene. Und bei Reitern sind es Kategorien, wo ich sage, der komplette Inhalt, der komplette Inhaltsbereich, der wird hier untergebracht. Ich habe also quasi nur eine Ebene, aber dann diese direkte Zuordnung. Jetzt haben wir noch andere Arten von Indexstrukturen und eine davon ist die der Vernetzung. Und da habe ich ja gesagt, da ist sie nur am Rande interessant. Aber ich zeige euch trotzdem ein Beispiel dafür, weil das ein bisschen zusammenhängen kann mit dem, was danach kommt. Nämlich lokale Karten. Die sind vor allen Dingen dann interessant, wenn wir eine Vernetzungsstruktur haben. und Vernetzungsstrukturen haben wir bei dem, was man Hypertext nennt, üblicherweise. Also Hypertext bedeutet, in einer ganz einfachen Definitionsweise jetzt mal, Text mit Verlinkungen und Text in Verlinkungen. Also Wikipedia ist das beste Beispiel für einen Hypertext. Ihr lest einen Wikipedia-Artikel, da steht ein Link drin, der Link führt zu einem anderen Artikel, der andere Artikel hat wieder ganz viele Links überall hin. Und wenn man das aufmalt als Struktur, dann landet man bei einer Netzstruktur. Wie kommt man durch so eine Netzstruktur durch? Das ist immer ein Problem. Es gibt das Phänomen Lost in Hyperspace, dass man irgendwie die Kontrolle verliert und den Überblick verliert. Und dafür gibt es natürlich Techniken, die einen aus der Nummer herausbringen. Hier seht ihr eine Hypertext-Technik aus den 80er Jahren, Hypercard von Apple. Das war damals mal sehr en vogue, das wurde mal richtig gefeiert als alternative Nutzungsschnittstellen-Philosophie zum WIMP-Interface. Dass man sagt, wir machen jetzt Hypertext auf solchen Karten, deswegen hieß das Hypercard. Da gab es sogar noch Programmiersprachen dazu, da konnte man richtig Anwendungen mit bauen. Aber letztendlich waren immer Inhalte auf einzelnen Karten das Prinzip, die untereinander verlinkt sind, wo man von einer Karte zu anderen kommen kann. Die frühen Varianten von Flash, Adobe Flash und so, die gingen in ähnliche Richtungen. Aber das nur am Rand. Ich will ja jetzt keine Historienvorlesung daraus machen. Nehmen wir das mal einfach als Hypertext hin, also untereinander verlinkte Texte. So einen Text haben wir hier. Und was haben wir dann rechts? Wir haben hier zwei Karten. Ich habe sie rechts noch mal größer dargestellt, ein kleines bisschen größer zumindest. Was sind das für Karten? Schaut mal, wir haben oben eine Current Report Overview Map und wir haben eine Current Chapter Overview Map. Das heißt, wir haben zwei Karten. Einmal sind wir in einem Kapitel und dieses Kapitel wird eingeordnet in das Größere. Das ist die obere Karte. Und dann haben wir innerhalb dessen, wo wir gerade sind, eine Navigation quasi in die Unterkapitel hinein. Das heißt, wir haben ja rechts ausgewählt Research Issues. Das ist auf der unteren Karte die Mitte. Und von da aus gehen wir wieder nach außen in diesem Baum. Das sind ja hier zwei Bäume. Nun ist aber Hypertext eigentlich gar kein Baum. Aber man kann natürlich Bäume daraus generieren. Und das wurde hier gemacht. Das sind zwei lokale Karten, die hier jeweils Bäume sind. Man kann natürlich lokale Karten auch anders darstellen als als Bäume, dass man tatsächlich die Verästelung und die komplette, nicht Verästelung, sondern Vernetzung, so müsste man dann sagen, darstellt. Wichtig ist aber immer in so einer Karte, in so einer lokalen Karte, wenn man sowas hat, dass man sowohl die Karte als solches darstellt, als auch darstellt, wo man sich darin gerade befindet. Denn dann haben wir wieder diese typischen Eigenschaften. Ich sehe, wo ich mich befinde und wie das sich zum Ganzen verhält. Das sind solche Karten. Kommen relativ selten vor, solche Navigationstechniken. Vor allen Dingen auch, weil, sagen wir mal, Hypertext-Techniken ein bisschen aus der Mode gekommen sind oder nicht mehr als solche betrachtet werden. Warum erzähle ich es euch dennoch? Weil solche Hypertext-Techniken, also wie bin ich durch eine Struktur gegangen, wie bin ich durch ein Labyrinth gekommen, eine Visualisierung der Struktur als Karte jetzt gleich wieder in ganz abgespeckter Form vorkommt, wenn wir über Breadcrumbs reden. Breadcrumb-Navigation oder Brotkrumen-Navigation auf Deutsch ist auf Hänsel und Gretel zurückzuführen, auf das Märchen, wo ja Hänsel und Gretel versuchen, den Weg nach Hause wiederzufinden, indem sie Brotkrumen folgen, die sie die ganze Zeit rausgeworfen haben. Ich finde das eigenartig, dass man diese Metapher nimmt, denn wer Hänsel und Gretel kennt, der weiß ja, dass das mit den Brotkrumen gar nicht funktioniert hat, weil ja diese Brotkrumen von Vögeln aufgefressen wurden. Also komisch, dass man ausgerechnet das sich als Metapher nimmt. Manchmal wird auch von Ariadne-Fäden gesprochen, da ist eine griechische Sage dahinter, von Ariadne, die aus einem Labyrinth wieder herausfinden will und die macht das, indem sie einen langen Faden spinnt. Ist ähnlich und eigentlich die schönere Variante, aber Breadcrumb-Navigation hat sich als Begriff durchgesetzt. Und es gibt von Breadcrumb-Navigationen verschiedene. Und die, die der Metapher richtig entsprechen, des Ariadne-Fadens oder der Brotkrumen und der Ausgewiesenen, sind sogenannte fadbezogene Breadcrumb-Navigationen, wo also wirklich die Reihenfolge, wie ich durch etwas durchgelaufen bin, als Breadcrumb dargestellt wird, kennt man heute in der Form einigermaßen selten. Man könnte im Browser den Browserverlauf als so etwas vielleicht sich vorstellen. Aber, naja, in dieser Reihenform ist es einigermaßen selten geworden. Die meisten Breadcrumb-Navigationen machen etwas anderes. Sie sind strukturbasierte Breadcrumb-Navigationen und zeigen den Pfad in einer hierarchischen Struktur zum aktuellen Inhalt. Also zum Beispiel ein Vorlesungsverzeichnis könnte so etwas drin gestanden haben, Vorlesungen, EEM, Informatik, Mensch-Maschine-Wechselwirkung, Grundlagen der Mensch-Maschine-Wechselwirkung. Dann habe ich einen Pfad, dem ich entlang gelaufen bin und den stelle ich hier an dieser Stelle dar. Das Interessante daran ist, dass es nicht nur eine Möglichkeit ist, wie man sagt, wie hängt das Ganze im Großen zusammen, das sehe ich hier, das ist quasi der Orientierungsteil, sondern ich kann damit auch navigieren. Ich kann damit nämlich die oberen Ebenen ansteuern, in der Regel zumindest. Also in der Regel wird das so gemacht, dass jedes dieser Elemente, bis auf das letzte, weil da bin ich ja gerade, als Verknüpfung, als Link meistens im Web zumindest, dargestellt wird und ich kann da draufklicken und komme da dann wieder hin. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, die mir Zugriff auf obere Ebenen wieder liefert. Von diesen Breadcrumbs gibt es Variationen. Zum einen werden sie heute häufig eingesetzt, viel häufiger, als man vielleicht so denken mag und es werden viele Funktionalitäten noch dran gekoppelt. Schaut euch das hier mal an. Was seht ihr da? Wir haben hier zweimal Windows und zwei sehr interessante Funktionalitäten. Wir sehen oben den Pfad zum aktuellen Objekt eingeblendet. Das ist ja klassischerweise auch möglich, wirklich als Text, also C, Doppelpunkt, Backslash und so weiter und so fort. Aber hier ist es nicht so gemacht worden, dass es nur ein Text ist, sondern es sind Objekte erzeugt worden für die einzelnen Pfadteile und die sind wirklich Objekte mit eigener Funktionalität und mit eigener Navigation. Und oben links sehen wir das mit der eigenen Navigation. Das heißt, ich kann diese Elemente anklicken und kann dann da wieder hingehen. Ich kann aber auch auf diesen Pfeil klicken und wenn ich auf den Pfeil klicke, dann habe ich Zugriff auf die Elemente, also auf die Ordner, also auf die Zwischenknoten auf der gleichen Ebene. Das ist sehr praktisch. So habe ich im Prinzip Zugriff auf den kompletten Baum und kann den kompletten Baum erschließen. Ich sehe ihn zwar nicht gleichzeitig, aber Zugriff habe ich doch hier an dieser Stelle immer mit einem Zusatzklick, den man spendieren muss. Das ist halt wieder das Austarieren, wie viel ist sinnvoll gleichzeitig anzuzeigen und wie viel nicht. Und rechts kann man schön sehen, dass diese Breadcrumbs, diese Objekte, die da drin stecken, das sind ja hier die gleichen, also links ist es Windows 7 und rechts ist Windows 10, sonst ist kein Unterschied. Die sind auch insofern Objekte, als dass sie Ziele sein können. Ich habe hier unten eine Datei genommen und ziehe die Datei auf eines dieser Objekte da oben und kann das dann dahin verschieben. Total praktisch. Das heißt, das ist nicht nur ein Objekt, um etwas wieder anzusteuern, sondern es hat auch die Funktionalität, dieses Objektes Dateien annehmen zu können, so wie Ordner als Icon das ja auch können und Ordner als Fenster das ja auch können. Das ist eine sehr interessante Kombination, wie man Breadcrumbs noch etwas aufwerten kann und ihnen noch zusätzliche Funktionalität spendieren kann. Last but not least, kann man Breadcrumbs auch als Fortschrittsanzeigen benutzen, wenn man Reihenfolgen hat, typische Reihenfolgen. Hier habe ich eine, ist in Corona-Zeiten keine besonders gute. Flug buchen, Start- und Ziel wählen, Flugzeit wählen, Passagierdaten eingeben, bezahlen. Also ich habe einen längeren Prozess und das Schöne ist hier, die weiteren Schritte des Prozesses sind schon bekannt. Das heißt, ich kann den Breadcrumb sogar weiter fortsetzen in die Zukunft, muss dann aber visualisieren, wo ich in diesem Breadcrumb gerade bin. Das heißt, ich habe diesen Breadcrumb hier als Fortschrittsanzeige verwendet. Aber auch hier ist es eine Navigationstechnik, denn die Schritte sind anwählbar, zumindest die in der Vergangenheit, vielleicht auch die in der Zukunft. Das kommt ein bisschen auf die Modellierung an, die man dahinter steckt. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, wieder mal den Bereich des Aktuellen im Verhältnis zum Ganzen darzustellen und darzustellen, wie man wieder dahin kommen kann, wo man schon mal war oder wo man vielleicht auch hin will. Das heißt, wir haben wieder Erschließbarkeit an dieser Stelle und damit wir dazwischen irgendwie auch noch einen Zusammenhang haben, selbst wenn sich die Bildschirme ständig wechseln, haben wir so ein schönes Element, dieses Breadcrumb-Element, was wir auf interne Konsistenz hin überprüfen, sodass es immer gleich dargestellt wird und immer der gleichen Stelle und uns dann Orientierung bietet. So viel an dieser Stelle zu den Index-basierten Navigationstechniken und wir haben noch ein weiteres Video mit ein paar zusätzlichen Techniken, die ich euch noch zeigen möchte, die etwas über das hinausgehen, was hier in diesen sehr klassischen Techniken bisher vorkam. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020